Du hast die Eröffnungsbuchungen noch nicht so ganz verstanden? Hier zeigen dir Bibi und Bill on Point erstens, was der Unterschied zwischen der Eröffnungsbilanz und dem Eröffnungsbilanzkonto ist. Und zweitens lernst du mithilfe von Beispielen, wie du Eröffnungsbuchungen vornimmst. Also Bibi und Bill, Action! Du, Bill, wie war das nochmal mit den Eröffnungsbuchungen? Wie komme ich von der Schlussbilanz zur Eröffnungsbilanz und wie geht das dann im neuen Geschäftsjahr los mit meinen Büchern? Gut, dass du fragst, liebe Bibi. Denn eins ist gewiss, das neue Geschäftsjahr kommt immer früher, als man denkt. Es ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Gemäß den GOBs und den Vorschriften der Paragrafen 246 bis 251 HGB muss die sogenannte Eröffnungsbilanz eines Jahres nämlich alle Vermögensgegenstände beinhalten, die zum Stichtag, bei dir also der 31.12., dem Unternehmen gehörten. Nicht zu vergessen, dem damit einhergehenden Stand deines Eigen- und Fremdkapitals. Die Schlussbilanz von X1 ist also zugleich die Eröffnungsbilanz von X2. Genau, nach dem Grundsatz der sogenannten Bilanzidentität müssen beide inhaltlich identisch sein. Um von der Schlussbilanz zur Eröffnungsbilanz des nächsten Geschäftsjahres zu kommen, muss eigentlich nur die Überschrift geändert werden. Ist ja auch logisch, denn wir machen im nächsten Geschäftsjahr, also am 01.01.X2, genau dort weiter, wo wir am 31.12.X1 aufgehört haben. Wir übernehmen alle Positionen und Bestände aus der Schlussbilanz mit einer klitzekleinen Ausnahme. Wir nennen die Position Jahresüberschuss in Gewinnvortrag um. Denn das ist der Gewinn aus dem Vorjahr, den wir noch nicht anderweitig verwendet haben und wir somit in das neue Geschäftsjahr vortragen. Deshalb Gewinnvortrag. Ja, das macht schon auch Sinn. Ja, aber Achtung, die Eröffnungsbilanz erfasst die Bestände der verschiedenen Bilanzpositionen zum Stichtag. Das erkennst du auch gut daran, dass hier aktiver und passiver drüber steht, kein Soll und Haben. Ach ja, stimmt. Die buchhalterische Erfassung von Geschäftsvorfällen erfolgt aber ja eigentlich nie direkt in der Bilanz, sondern auf einzelnen Konten. Damit wir in X2 auch wieder einzelne Geschäftsvorfälle verbuchen können, müssen wir also die aggregierte Bilanz irgendwie wieder in Bestandskonten zerlegen. Aber wie ging das nochmal? Natürlich wieder mit unserem Zauberspruch Soll-An-Haben. Genauer gesagt transferieren wir die Bestände aus der Eröffnungsbilanz mit Hilfe des wunderbaren sogenannten Eröffnungsbilanzkontos auch liebevoll als EBK bezeichnet. Ach ja, das liebevolle EBK. Ich erinnere mich. Das ist ein rein formales Hilfskonto, das wir benötigen, um der doppelten Buchführung, der Doppik, gerecht zu werden. Um zum Eröffnungsbilanzkonto zu kommen, spiegeln wir die Seiten der Eröffnungsbilanz ganz einfach und ersetzen die Begriffe aktiver und passiver durch Soll und Haben. Korrekt, lieber Bibi? Exakt korrekt, liebe Bibi. Das Eröffnungsbilanzkonto ist spiegelbildlich zur Eröffnungsbilanz aufgebaut, sodass eben aktive Positionen im Eröffnungsbilanzkonto auf der Haben-Seite und damit rechts stehen und passive Positionen im Eröffnungsbilanzkonto auf der Soll-Seite, also links. Alles aus rein buchungstechnischen Gründen, damit wir die Werte als sogenannte Anfangsbestände gleich ganz getreu mit unserem Zauberspruch Soll-An-Haben auf die Bestandskonten transferieren können. Aha, wir brauchen das Eröffnungsbilanzkonto sozusagen nur als Vermittler zwischen der Bilanz und dem Bestandskonten. Genau, das Eröffnungsbilanzkonto nimmt die Bestände aus der Eröffnungsbilanz als sogenannte Anfangsbestände auf. Die Konten der Aktivseite werden im Haben des Eröffnungsbilanzkontos aufgenommen und die Konten der Passivseite der Eröffnungsbilanz im Soll. Indem wir die Bestände der Bilanz, also einmal im Eröffnungsbilanzkonto spiegeln, können wir alles in gewohnter Weise mit Soll-An-Haben als Anfangsbestände auf unsere Bestandskonten von X2 buchen. Das heißt ja, dass wir letztlich für jede Bilanzposition mindestens ein separates Bestandskonto eröffnen müssen, oder? Und wieder exakt korrekt! Und die Werte in der Schluss- bzw. Eröffnungsbilanz stellen eben die Anfangsbestände der Bestandskonten dar. Und wie immer gilt, bei Aktivkonten stehen die Anfangsbestände im Soll, bei Passivkonten im Haben. Okay, und nun buche ich also die Anfangsbestände immer mit Eröffnungsbilanzkonto an passive Bestandskonten und aktive Bestandskonten an Eröffnungsbilanzkonto ein? Korrekt! Genau das ist die Buchungssystematik für die Eröffnungsbuchungen der Bestandskonten. Du kannst Eröffnungsbilanzkonto mit EBK abkürzen. Und wie ging das nochmal bei den Erfolgskonten? Pfiffige Frage! Im Gegensatz zu den Bestandskonten zeigen Erfolgskonten keinen Bestand, wie du weißt. Daher haben sie auch keinen Anfangsbestand und werden deshalb jedes Jahr mit dem Saldo Null eröffnet. Irgendwie logisch. Wir haben ja die Salden der Ertrags- und Aufwandskonten miteinander verrechnet und somit meinen im GUV-Konto ermittelten Jahresüberschuss ins Eigenkapital gebucht. Damit sind die Erfolgskonten ja irgendwie leergeräumt. Genau. Im Folgejahr fangen die Erfolgskonten wieder von vorne an. Neues Spiel, neues Glück, neue Chance auf Erfolg. Wir eröffnen das entsprechende Konto also in dem Moment, in dem wir es zum ersten Mal in einem Buchungssatz ansprechen, sobald sich ein entsprechender ökonomischer Geschäftsvorfall auftut. Apropos, ich muss langsam mal den Laden eröffnen. Vielen Dank, Bill. Du hast noch Fragen? Schreib sie uns gerne in die Kommentare. Die Wiener Lanzierung